Herzlich willkommen bei Sogezeichnen. Mein Name ist Frank Ginder und vor wenigen Tagen habe ich ja noch hier dieses Hühnerküken gezeichnet. Ich halte es nochmal kurz in die Kamera. Das hat mir schon super viel Spaß gemacht, hier das Küken zu zeichnen. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, was mache ich als nächstes? Ich hätte nochmal Lust, Federn zu zeichnen, Vogel zu zeichnen. Da wollte ich erst schon aufs große Huhn quasi umsteigen. Habe aber gedacht, nee, ich möchte jetzt mal einen Raubvogel zeichnen und das mache ich heute. Da zeige ich euch schon mal das Endergebnis, nämlich einen Seeadler habe ich gezeichnet. Und wie ich das Ganze gezeichnet habe, das seht ihr jetzt in dem Video. Ganz viel Spaß dabei! Und wie ich das Ganze gezeichnet habe. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.